Hören Sie, hatten wir immer noch die Liebesglieder von Schubert? Die haben es ihm wohl angetan. Was wollen Sie denn jetzt damit sagen, Frau Thiel? Gar nichts. Ist ja ganz was Neues, dass Sie mal mit etwas gar nichts sagen wollen. Also, wie lautet die Unterstellung? Frühlingsgefühl. Das ist auch kein Wunder bei dem Wetter. Wer kein Glück in der Liebe hat, spielt. Was passiert, heck ich, ne? Das habe ich, glaube ich, nicht nötig. Aber Sie vielleicht. Ah, Glückspiel ist nicht mein Ding. Ihrs? Wenn ich zocken will, dann setze ich mich vor den PC. Dann bin ich dann ganz für mich und hab meine Ruhe. Alleine, das ist ja immer wieder typisch. Sie mesantrop. Ich hasse Menschen nicht. Ich will nur nicht die ganze Zeit mit Ihnen zusammen sein. Und jetzt zu Ihnen. Wenn der Schein was wert ist, dann lösen Sie ihn ein und halten hier nicht den ganzen Betrieb auf.